moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge guacamele 2 für die switch wir befinden uns im jade tempel und müssen uns da jetzt noch mal weiter durchforschen links so geht's nein okay steiler nach unten gehen da oben ist eine kiste wieso man die nennen würde kommen irgendwo längst das ist natürlich eine hardcore schwierigkeit muss gleich wieder runter springen auch blöd wie mache ich das dann muss ich natürlich die andere seite rüber springen ok so dass dann funktionieren ach klar nein ja ich kenne mal wieder rein so eigentlich darauf war ich hätte ein höheren springen sollen nicht also ab und zu so alter schwede das ist aber das war gar nicht so leicht so so weiter gehen weiter hier in die richtung mein 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 gott ok Wir gehen in zwei Richtungen, wir gehen erstmal hier längs, nochmal speichern, ah Mist. Wir sind beide draufgegangen dabei, für uns gut, die ist natürlich schlecht, oh, das wird auch schwer. So, vielleicht? Okay. So, noch ein Headstyle. So, so gut, dann müssen wir so viele haben wie möglich von, denn man beißt ja auch nie. Wie? Das ist noch besser, wett? So, du bist hoch, ne? Oh. Okay, dann müssen wir auch, dass da kein Lila werden, dass da ein Lila wett? Okay. Hey! Ah, hilf doch nicht dahin! Okay, müssen wir nochmal probieren. Das war wirklich nicht so clever. Aber der ist nicht schwer eigentlich, kann ich mir nicht vorstellen. Da. Mach gü Mo. Machi Mo. Herzstämtern. Shaun arzu merken. Das ging doch ganz gut. Ja, okay. Ich würde hier drin laufen. Ah! Ah, nein. Man kann sagen, was man will, aber einfallslos in die Programmiere hier nicht gerade. Nein, guck mal an. Okay. Boah, das ist echt schwer. Nein, du bist doch so hoch. Mein Gott. Nein, den ist er nicht mehr. Nein! Nein! Boah, Alter! Dann muss ich durchrollen. Nein! Bitte, lass uns das schaffen. Alter Schwede! Aber mein Timing richtig beschissen. Nein! Ich bin Depp. Ich bin Depp. Oh! Das war echt. Oh, genau. Ah, das ist ein Hund. Ein Hund zumindest. Ah! Nein, ich kriege das nicht hin. Da ist er. Der berüchtige Luchador Getrude, du hattest recht Nur wenn du hinter den Sagen über Likier her bist Dann habe ich schlechte Neukölln, die hole ich mir Und wenn ich Salvador zurückbringe Bin ich sein Liebling Oh Monico, du hast hier Likier Und da ich nur herrsche über das Maximum Brauche ich deinen besten Freund Und ich wähle dich Oh Salvador Du Schamö Ah, guck mal, da spielt er so ein bisschen Und Mädels, denkt er mein Zeichen Und das Lied Und das ich für diesen Moment gestreben habe Läutet auf 6 Schon gut, wir proben nachdem wir uns Geholt haben, es gibt keine Zeit Für 5, 6, 7, 8 So, ich werde mal gucken, mich auch gut zu kommen Okay Wir müssen versuchen trotzdem längst zu kommen Okay Geht mir halt gleich Ei, ei, ei Okay Nein Oh, ich war so dicht an der Kiste Okay, wir müssen nochmal probieren Aber das muss ich jetzt schaffen Das nervt mich sonst So Super da So, die Masken teilen Perfekt So, hinter den Hühnern her Oh, ich hab gesehen Aber den Sumpf mit mir So, die gespeichern Die geht runter, war klar Oh, okay Können wir ja wissen können Schön links hier Ah, okay, okay, okay Ich hab gerade Auf dem Spiel gesehen Alter, das ist ja echt Complicated Nein, auch nicht zu schnell Oh, ich hab jetzt geschafft Bam Mehr oder weniger Achtung Achtung Oh, blabber Oh, shit Oh, nee Muss ich ganz oben anfangen Oh, schütze Oh, das ist natürlich ganz geil Dass die Gegner so sterben Nein Das war's für mich Shit Na gut Ja, das ist echt Nicht scheiße, so eigentlich Aber Lass dir nicht vermeiden Nein Bereit dich ins Feuer Freiwillig Okay, jetzt können wir mal sehen Wie viele Misserfolge Ich bin Oh, Leute Was macht ihr denn jetzt? Oh, verdammt Los, Dampfhaus Nein Das muss man natürlich im letzten Moment machen Ah, wieder so ein Film der Fehler Okay Nein Man hat natürlich nicht jeden Aber Das sind sehr ärgerlich Oh, die ganze kann sich nur um Stunden haben Oh, was kommt Wollen wir schon warten Oh, Action Hey Hey So war nicht kein schlechter Schlag? Der wird ja So Nein Das war zu früh Ach, das war viel zu früh Okay Okay Jetzt schafft es aber Ich hab's ein Gefühl Nein Achso Kurze Pause Okay, wir müssen das mal abhassen So ist zumindest eine kurze Pause hier Nein Nein Spack aus Okay, fliegt ihr und war da Können wir Gott sei Dank stehen Kommt ins Lava Jo, Jo, Jo Ein Fehltritt und man landet sofort in der Lava War man ja weggeschützt, ey Oh Dicht dran Woher sind wir Woher sind wir Alter Schwede Okay, hier können wir uns nicht mehr spielen Ich muss das ausatmen Ich muss das einatmen Ich muss das einatmen Ich muss das einatmen Ich muss das einatmen Nein Nein Woher müssen wir zurückgehen Wie viel müssen wir zurück Okay, hier geht's noch Dann müssen wir alles von Anfang machen Müssen wir Gottverdank nicht Wo? Runter Achso, hier kann nichts passieren Achso, hier kann nichts passieren Okay Ich muss das einatmen Alter Schwede Das ist schon ein kleiner, cooler Jump'n'Run-Park gewesen So, die Frage, wo wir hinwollen Wollen wir hier hoch? Wollen wir speichern? Wir gehen trotzdem nochmal kurz runter Die anderen Seite, die konnten auch noch gehen, ne? Ah, okay Jetzt wollen wir uns auch noch Na gut Wird's jetzt eng Na, was machst du denn da? Wieso komm ich denn da nicht runter? Achso, hier warte mal Ich bin zu... Ich muss früher ran, ne? Okay Das gibt's doch gar nicht Also irgendwie Ne, ich müsste... Ach, warte mal, komm ich da vielleicht ran ohne Das geht, ich bin Nein 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 Achso, okay Nein, das hat doch nicht Okay Dann müssen wir alle Moves wieder einsetzen Das ist natürlich nicht nervig, aber... So... Das ist alles nur wegen seiner kleinen Kiste, ne? Und einer größeren Kiste Und einer gigantischen Kiste Und einer gigantischen Kiste Kostüm freigeschaltet, okay Katharina Ah... Achso... Los, geht's Hier soll ich eigentlich noch einen hier machen Hier war ja Ich war da hier rüber So Beichan Da hat man das Arme von Skeletten Moment mal, eine Sache wollte ich immer schon ausprobieren. Zieht Leine, das ist Hausfriedensbruch. Hohle Füße. Geil. Huh, wie aufregend. Wurde auch Zeit, dass sich jemand entgegenstellt. Oder soll ich sagen, auf sich stellt. Du musst nicht darüber lachen. Ich weiß, dass es lustig war. Ich fand lustig. Hey, ich mach mir Spaß. Ein Moment lang hatte ich dich, oder? Ja, stimmt. So. Jetzt geht es richtig ab. Es riecht nach Tanztheater und billigen Parfümen. Wir müssen fast da sein. Gut. Also, ich glaube, ich habe was kaufen können. Hier zum Beispiel. Deine 3 Treffung hat etwas mehr Rums. Stell dir mit ausreichend schneller vom Boden auf. Wir machen jetzt erstmal den hier. Jetzt sind wir Bums. Das ist natürlich immer gut. Geh, gehen wir mal rein. Jetzt in diese Richtung. Okay. Oh ja, jetzt sieht es nach Gegner aus. Harmonie, uh, Bock. Wer ist das? 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 Komm schon, du Tanz. Tanzthäter. Ich bin es. Ey, Monejo. Einfach klasse, Mädels. So, na, nicht vergessen. Es ist Schritt, Schritt, Pick, Schritt. Und nicht Schritt, Pick, Schritt, Schritt. Beretta, ich liebe deinen Elan. Aber du musst bei 2 und einsteigen. Hier tut du, du warst perfekt. 5 Minuten Pause. Zeig mir diesen Luchador mit allen unseren Tricks. Okay. El Monejo. 8 Minuten Pause. 9 Minuten Pause. So, wenn ich mir die. Okay. fiese hühner das weiß ich nicht dieses ding das auslösen ich denke ich das sehr gut drauf stellen alter nein 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 ja 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 werden Eieiei, ey, du. Oh nein. Ach, scheiße. Das war nicht ganz gut benutzen. Aber ich stehe auf der falschen Seite! Okay. Oh Okay, Ende der Vorstellung Habt ihr denn nie jemand gesagt, dass es unnötig ist, eine Magier zu verprügeln? Wie denn auch sei, werdet ihr Narren dann beschäftigt, mich zu vermöbeln? Hat sich Gedrudel mir eine Cosmolite davon gemacht? Bis dann, ihr Nerds! Spastis! Na gut. Ich darf mal schnell zurücklaufen. Tempel nach Rade, dunkelste Zeitlinie. Oh, nicht so traurig, Kumpel. Der andere Typ hat nur eine Art Trappe mitgenommen. Ich kann Magier einfach nicht ausstehen, sind einfach insuspekt. Okay, vielleicht hast du nicht über meine Witze gelacht. Vielleicht hast du sogar ein oder zweimal gestöhnt und mit den Augen gerollt. Das ist okay. Wenigstens bist du ehrlich. Du hast dir die echte Reliquie verdient. Ich lasse dich vorbei. Oh, wie cool. Oh, das ist jetzt peinlich. Ich stecke fest. Das ist nun mal wieder diese Rigor Mortis. In ein paar Stunden ist das vorbei. Hoffe ich. So lange können wir nicht warten, Reisender. Ich verleite dir die Macht als Polo. Mögen sie auf der Mission dienlich sein. Hab keine Angst. Polo-Kraft. Sehr gut. Ich kann mich schon kleiner machen. Das ist nun mal rollen. Piki, die Körner der Wahrheit und die Rechtsstafter und wir werden uns vielleicht wiedersehen. Zack. Das ist die ideale Reliquie. Gemeinsam als Team. Wie in alten Zeiten. Pass bloß auf, Salvador. So, wir können schnell verwandeln. Geht aus. Kleine Abkürzung, ne? Schnell wir sind. So, das war's. Raus aus dem Tempel. Und ja, das war's auch für heute. Hoffe es euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir weiter mit Juan durch Guacamele reisen. Oh, wie schnell ist gut wir sind. Komm mal ab, wo wir das Dorf kommen, ne? Bäm. Okay, da kommen wir gar nicht hoch jetzt, ne? Okay. Ist ja lustig. Da können wir auch nicht runterkommen. Ah, wir können hier durch. Hallo! Auch Hühner können ausweichen. Cool. Oh, was ist jetzt hier? Schauen wir uns an, ist ein großer Huhn. Ah, da guck mal, das Huhn kann ich auch kämpfen. Ich kenne die gleichen Sachen, wie ich auch mit meinem. Ich kann mich nicht mehr zurückgewandeln. Hier drin kann man sich nicht verwandeln. Ehrlich, aber wir können auch kämpfen. Da oben, das brauchen wir. Vor 80 Jahren, als die Dinosaurier noch in Mächte gezogen, herrschten Hühner über diese Welt. Unsere Vorfahren haben den Polo-Schuss bei der Jagd nach Haien gemeistert. Das waren simplere Zeiten, Reisender. Hühner-Schuss. Denk daran, auch du bist eines Tages ein Gewinner. Und kein Hühner-Dinner. Oh. So, habt ihr gesehen? Alter. Gott, ich drehe ab. Oh. Warte. Ui. Nicht so leicht. Nein. Nein. Oh, Alter. Nein. Wollen wir warten, bis die Energie wieder voll ist. Krass. Das ist kein leichter Move gerade. dares place? Ihr seid? بالmeukommen? Ein Talions��. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Nicht so. oh Oh Okay So Komm Hier rüber Mein Herzteil Perfekt Okay Es gab doch schon was Wow du hast es geschafft Viele Hühner gingen rein Keins kam je wieder raus Köpfe wie diesen Habe ich überall In dieser Welt gefunden Wenn du toll genug bist Kannst du sie dir auch ansehen Bin ich So Da sind wir wieder Im Dorf So das haben wir es geschafft Und wir werden gleich Mit den Leuten wieder reden Aber jetzt erst Vielen Dank fürs Zuschauen Zum nächsten Mal Bis dahin Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.